Die Schlacht von Gaugamela, auch Schlacht bei Abila, heute Tel Gommel im nördlichen Irak, war eine der bedeutendsten Schlachten der Weltgeschichte und bildete den Höhepunkt des Alexanderzugs, der das Ziel verfolgte, das Achemenidenreich zu erobern. Sie fand am 1. Oktober 331 v. Chr. statt. Daraius hatte Alexander dem Großen während der Belagerung von Tyrus zur Beendigung des Krieges die Abtretung aller Gebiete westlich des Euphrates. 10.000 Talente löse Geld für seine bei Issus zurückgelassene Familie mit seiner Mutter Sisi Gambis und die Hand seiner ebenfalls gefangenen Tochter Stadteira angeboten. Alexander wies dieses Ansinnen entgegen dem Rat seines Feldherren Paminion zurück. Der Großkönig mobilisierte daraufhin die Truppen seiner Völkerschaften bis nach Indien. Da dies zeitaufwendig war, rundete Alexander vorerst die Sicherung der östlichen Mittelmeerküste mit der Eroberung von Gaza und der Besetzung von Ägypten ab. Im späten Frühjahr 331 kehrte er wieder nach Tyrus zurück. Er ließ die Stadt neu aufbauen, ergänzte das Heer durch Zuzug von 15.000 Mann aus Makedonien, brach im Juli 331 in Richtung Euphrat auf und überquerte den Fluss. Nach einem Ausweichmanöver vor einer sperrenden Truppe des Satrapen Matsaios überquerte das Heer weiter nördlich im September 331 v. Chr. auch den Tigris und zog der neu aufgestellten Armee des Darius entgegen. Alexander verfügte über 40.000 Mann Infanterie und 7.000 Reiter. Die Truppe war zwar zahlenmäßig unterliegen, bestand aber überwiegend aus kampferfahrenen Soldaten. Insbesondere die kurzen Befehlswege waren im Gefechtsverlauf entscheidend. Den Kern stellten die makedonischen Truppen, hinzu kamen griechische, thessalische und thrakische Verbände. Zu den Waffengattungen der Makedonen gehörten die Heteienreiterei, ausgerüstet mit Helm und Panzer sowie Lanzen, die vor allem zum Stoß, seltener zum Wurf vorgesehen waren, die Hyperspisten, die vermutlich ähnlich wie die griechischen Hopliten ausgerüstet, jedoch relativ beweglich waren, sowie die Percetiren, Kampfgefährten zu Fuß, ausgerüstet mit extrem langen Spießen, Sarissa, von etwa 5,5 Meter Länge. Hinzu kamen leicht bewaffnete Truppen, bestehend aus Peltasten, Schleuderern und Bogenschützen. Alexanders Vater Philipp hatte aus den losen makedonischen Stammesaufgeboten ein schlagkräftiges Heer aufgebaut, die Soldaten mit Land versorgt und in Städten angesiedelt. Damit sicherte er die ständige Kampfbereitschaft und die Truppenteile waren durch ständige Feldzüge eingeübt. Zudem waren in Alexanders Heer Verbündete und Söldner aus Griechenland sowie vom Balkan eingegliedert. Von seinem Vater übernahm er die Taktik, die Infanterie hauptsächlich in der Defensive einzusetzen, um im richtigen Moment die Entscheidung durch eine persönlich geführte Attacke der schweren Heterienreiterei herbeizuführen. Dieses riskante Vorgehen erwies sich, wie bereits in den beiden vorangegangenen Schlachten gegen die Perser, auch bei Gaugamela als erfolgreich. Daraius hatte nach der Ablehnung seines Teilungsangebotes an Alexander im Frühjahr 332 v. Chr. alle militärischen Kräfte mobilisiert. Den Quellen nach wurde fast jeder waffenfähige Mann aus allen Regionen des Königreiches rekrutiert. Sein Heer, das ethnisch sehr gemischt war, bestand aus regulären Fußsoldaten und Reitern aus Mesopotamien, Biblonien und von den Küsten des Persischen Golfs. Sein Kern war das Kara, der Heerbahn, das permanent unter Waffen stand. Die ergänzenden persischen Fußtruppen waren vornehmlich mit einem Stück Land ausgestattete Dienstmannen, die zwar kaum Kampferfahrung hatten, jedoch durch ihre Anzahl die Kerntruppen verstärkten. In der Masse bestand das Heer aus dem Aufgebot der östlichen Reichsteile. Überlegen erschien das Kavallerieaufgebot, das aus durchaus geübten Kämpfern bestand. Neben 12.000 schweren bakterischen Reitern stammten die berittenen Verbände aus zentral- und ostiranischen Regionen, aus Kapadokin, aus dem anatolischen Armenien sowie vom Südufer des Kaspischen Meeres. Hinzu kamen Reiternomaden, Sogdir, Sküten und andere. Die Inder stellten 15 Kriegselefanten für die Schlacht. Außerdem bediente man sich eines alten Kriegsmittels, des Sichelwagens, durch ihn sollte die makedonische Phalanx aufgebrochen werden. Für 200 Sichelwagen wurde das Vorfeld planiert. Um Daraius befand sich die königliche Garde, dahinter waren Söldnereinheiten griechischer Hopliten aufgestellt. Diese sollen 30.000 Mann gezählt haben. Daraius hatte das Schlachtfeld vorher erkunden und für seine Reiterei und die Streitwagen einebnen lassen. Erstmals wurden von den Truppen des Daraius Fußangeln, umgangssprachlich Wölfe, als Hindernisse auf dem Schlachtfeld verteilt. In vorderster Linie platzierte Daraius einen Großteil seiner Kavallerie sowie Sichelwagen und Kriegselefanten. Auf der rechten Flanke war dies armenische und kapadokische Kavallerie, im Zentrum gefolgt von zwei Gruppen von je 50 Sichelwagen, den 15 indischen Kriegselefanten sowie weiteren 100 Sichelwagen. Die linke Flanke der vordersten Linie wurde von der schweren baktrischen und skytischen Kavallerie gebildet. Die zweite Linie bestand neben weiterer Kavallerie vor allem aus Bogenschützen und Infanterie, in deren Zentrum Daraius selbst, flankiert von den griechischen Söldner Hopliten, stand. Die dritte Linie diente als Reserve und setzte sich aus Infanterietruppen zusammen, die in tiefer Staffelung hinter dem Zentrum aufgestellt waren. Die Aufstellung der Truppen erfolgte gestaffelt auf einer Breite von drei bis vier Kilometern. Eine Umfassung durch die zahlenmäßig unterliegenen makedonischen Kräfte war nicht zu befürchten. Alexanders Truppen waren aufgrund ihrer geringeren Zahl im Wesentlichen in nur einer Linie aufgestellt. Im Zentrum standen die zu einer Phalanx aufgestellten Hopliten, zwischen und vor denen Speerwerfer, Steinschleuderer und Bogenschützen in kleineren Gruppen zusammengefasst verteilt waren. Der linke Flügel setzte sich überwiegend aus Kavallerie und einigen wenigen Infanterieeinheiten unter dem Kommando von Parmenion zusammen. Der rechte Flügel stand unter dem Kommando von Alexander und umfasste die hetaieren Kavallerie sowie die paryonische Reiterei unter Aretes und weitere berittene Söldner unter Menidas. Hinter dem Zentrum ließ Alexander eine weitere Phalanx und Infanterie als Reserve aufstellen. Diese sollte im Fall einer Umfassung durch die zahlenmäßig deutlich überliegende persische Armee eingreifen. Alexander eröffnete die Schlacht, indem er die hetaieren Reiterei des rechten Flügels zu einer weiten Umfassungsbewegung gegen den persischen linken Flügel ausgreifen ließ. Wie er gehofft hatte, reagierte Darius, indem er die skaitische und baktrische Kavallerie seines linken Flügels zu einem Abfangmanöver in Marsch setzte. Alexanders Söldner Kavallerie unter Menidas versuchte nun in einem schnellen Angriff die entstehende Lücke zwischen dem persischen linken Flügel und dem Zentrum zu durchstoßen. Nachdem dieser Angriff zunächst abgeschlagen wurde, übernahm Aretes mit der paryonischen Kavallerie den Vorstoß, zugleich schwenkte Alexander mit der hetaieren Reiterei ein. In den folgenden schweren Gefechten wurde die persische Reiterei auf dem linken Flügel aufgerieben und in die Flucht geschlagen. Während die Gefechte auf dem linken persischen bzw. rechten makedonischen Flügel voll im Gange waren, ließ Darius die Sichelwagen das Zentrum von Alexanders Truppen angreifen. Die Verlangen hatten sich auf diesen Angriff vorbereitet und öffneten vor den angreifenden Wagen Korridore, sodass diese buchstäblich ins Leere stießen. Sofort wurden die Wagenbesatzungen von allen Seiten angegriffen und in kurzer Zeit niedergemacht. Die gefürchteten persischen Sichelwagen waren damit vollständig ausgeschaltet und hatten nur geringe Verluste bei Alexanders Truppen verursacht. Danach formierten sich die Verlangen erneut und marschierten zum Angriff auf das Zentrum der persischen Armee vor. Auf dem makedonischen linken Flügel, der eine defensive Position halten sollte, war die Situation wesentlich schwieriger. Darius hatte seinem rechten Flügel, der armenischen und kappadokischen Kavalerie unter dem Kommando von General Matsaios, einen direkten Angriff auf die linke Flanke der Makedonen befohlen. Auch wenn die Truppen unter Parminion ihrem Auftrag gemäß die Position halten konnten, sahen sie sich zunehmend schwerer in Bedrängnis. Zugleich setzte Darius seine Kriegselefanten in Marsch, um den Widerstand von Parminions Truppen endgültig zu brechen. An diesem Punkt der Gefechte geschahen zwei Ereignisse, die den weiteren Gang der Schlacht bestimmen sollten. Nach dem Zusammenbruch des persischen linken Flügels, der völligen Vernichtung der Sichelwagen und dem Vorstoß der Kriegselefanten auf den makedonischen linken Flügel lag das persische Zentrum mit Darius völlig offen. Alexander setzte nun mit seiner Reiterei zu einem direkten Angriff auf die Position Darius an. Zugleich rückten die Verlangen im Zentrum ebenfalls auf diese Position vor. Darius schien in Panik geraten zu sein und wandte sich zur Flucht, was in der Folge zum Zusammenbruch des persischen Zentrums führte. Gleichzeitig war zwischen den vorrückenden Verlangen im Zentrum der Makedonen und dem immer noch in schwerste Abwehrkämpfe verwickelten linken Flügel eine Lücke aufgerissen, in die die persische und indische Kavallerie aus der zweiten Reihe des persischen rechten Flügels erfolgreich vorstieß. Diese trennten sich nach dem Durchbruch in zwei Abteilungen, deren eine in gerader Linie auf das etwa fünf Kilometer rückwärtig liegende makedonische Basislager zustürmte, während die andere zu einer Umfassungsbewegung gegen Parminions Truppen ansetzte. Parminion, der sich dem vollständigen Zusammenbruch seines Flügels gegenüber sah, entsandte einen Boten an Alexander mit Bitte um sofortige Hilfe. Die Nachricht erreichte Alexander im Moment des Zusammenbruchs des persischen Zentrums. Er verzichtete daraufhin auf eine unmittelbare Verfolgung des Feindes und wandte seine hetaieren Kavallerie zu einem Entlastungsangriff für Parminions Truppen. Noch während der Bote zu Alexander ritt, reagierte seine Infanterie-Reserve auf den persischen Durchbruch. Ein Teil strömte in Richtung des eigenen Basislagers, um den Feind dort zu stellen und die eigene Etappe vor der Vernichtung zu bewahren, was auch gelang. Ein weiterer Teil eilte Parminions Truppen zu Hilfe. Aus ungeklärten Gründen brach der Angriff von Matsaios Truppen nun in sich zusammen und sie wandten sich zum Rückzug. Es mag sein, dass die Nachricht von Darius' Flucht eingetroffen war oder dass die eingetroffene makedonische Infanterie die Lage wendete. Ein Teil der Truppen Matsaios, darunter er selbst, prallte mit der von Alexander geführten Kavallerie zusammen. In den schweren Gefechten wurde Matsaios verwundet und der Großteil der ihn begleitenden Truppen aufgerieben. Nachdem sich das gesamte persische Heer nun auf der Flucht befunden hatte, ließ Alexander alle Truppen angreifen. Parminion, der mit seiner Kavallerie bereits die Verfolgung der Reste von Matsaios, Truppen aufgenommen hatte, konnte wenig später das persische Basislager einnehmen. Alexander setzte die Verfolgung der persischen Truppen bis zum Sonnenuntergang fort und ließ seine Truppen bis Mitternacht rasten, um dann die Verfolgung wieder aufzunehmen. Er hoffte, Darius in der etwa 120 Kilometer entfernten Stadt Abila aufgreifen zu können, aber der persische Großkönig hatte auf jegliche Rast verzichtet und war bereits geflohen.